Hallo und herzlich willkommen zu Destiny mit den zwei Kotstullen. Hi. Und Raven. Die erste Kotstulle. Was? Ich dachte, du meinst mich und Raven. Nein. Raven würde ich doch nie Kotstulle nennen. Ja, das traust du dir nicht. NICO! Raven? Wie war das mit Kotstulle? Dich habe ich nicht gemeint. Ja, er hat nur uns gemeint. Also mich und... Ja, nur uns. Nur. Er hat nur Paul und... Paul gemeint. NICO. Also ich meine Paul und Wladimir. Gern Wladimir? Ich werde euch alle vernichten. Schnauzer Wladimir. Peggy18. Ich lerne mir, ich bin Metzger geültig, sie macht man schon mal geklärt. Die waren so jetzt mal. Oh mein Gott, die Schatzdrebe will mich zbeißen. Auch nicht schon wieder Raven. Ja, ja, ja. Sie waren die größten Schatzdrebe. Und die scheißdrebe. Sie waren die größten Schatzdrebe. Ja, ja. Sie waren die größten Schatzdrebe. Ja, diese Mimics. Und die Mimics. Die Menschen, die Menschen zu beschützen. Nico, wo bist du? Versammelt sich in der Nähe. Ja, ja, ja. Die Schatzdrebe. Das ist kacke. Noah rum mit draufschmeißen oder was? Du klar. Gott, den Typ nervt. Ja, Paul, ich stimme dir zu, du nervst. Nein, nicht. Nicht ich. Mein zweites Lerjahr nervt. Nein. Ich sag einfach nur das. Verdammt, Justin. Verdammt, Nico. Verdammt, Justin. Verdammt, Justin. So, jetzt hast du sein Name auch noch gesagt. Ach, den interessiert er schon. Wir können nicht zulassen, dass Krund das Armee einen Weg findet. Der hat eh genug Probleme. Der weiße mal sein Gesicht noch gesehen. Oder Krundaggesandte werden die Erde verlaufen. Der hat beleidigt mich bitte nicht gedrückt. Peggy 18. Du willst ein, ähm, ein Kuh. Ein Kuh und ein Kuh von BITCH. Raven denkt genau nach wie ich das Video angefangen habe. Ich glaube da kann man nicht weiter viel was machen. Hey, ich weiß auch wie der Name des Videos sein wird. Du, Kotstuhle Paul. Der mit den zwei Kotstuhlen tanzt. Warum nur ich? Der mit den... Ist das eine Anspielung von der mit den Schlümpfen tanzt? Ich sag einfach Wladimir und der Metzger. Wie was mit Wladimir und der Metzger? Nein, die Kotstuhlen. Das ist meine keine Identität, verdammte Scheiße. Hey, ich schicke da ja Helm mit dem Ding. Genau, Raven hat auch einen Helm, Paul. Wie wusstest du das? Das ist schön. Verdammt! Was machst du? Ein sehr schöner Helm hat er. Ein sehr schöner Helm hat er sogar. Sie dürfen Rasputin nicht erreichen. Ja, ja. Oh, Schwer von Muni. Ich lege da dieses Schwert. 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 Nein, nein, nein. Du wirst. Genau. Nein, die werden verächtet. Die werden verächtet und schwächt gegen 1,2,2. Warte noch bis sie wieder will. Ja. Ich weiß nicht bis. Ja, Nico, du kennst das Problem. Die machen so und so viel Schaden und dann mache ich auch R1 und dann fern sie gleich wieder alle. Wo? Ja, aber... Wir lassen hier rein laufen. Also hier rein lassen. Warum ist mir den Fall? Nein, meine Räuberfähigkeit für meinen Rolf. Oh, ein Schlau. Oh, ein Schlau. Weißt du was ich mit dem Zweigcharakter gemacht habe? Verschleitung. Ein Waldläuter. Wie jetzt Raven? Jetzt! Ich habe es für Schläfer gemacht. Ich weiß wie das geht. Finde die Steuerung. Vergewissere dich, dass Rasputin nicht von der Schad zerstört wurde. Aber war das für Schläfer nicht eine andere? Nein, es war diese... Es war dieses Gebiet hier. Ja, aber dann normalerweise sind auch beide Türen aufgegangen. Das stimmt etwas nicht. Keine Ahnung. Du machst das vor... Ich glaube nicht zu kurz Stille. Ah, es ist auch nicht schlimm. Ich glaube an dir. 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 Das ist der neue Helm, den Paul ist in der Falle. Diese kurz Stille. Danke, ich weiß das dir schön ist. Danke. Aber wieso? Oh nein. Nooooooo. Reinhard. Genau. Reinhard wie ein Selbstbär. Ja, du, den Rocker. Und untenrum. Ah, wie ein... Blocker. Kannst du eigentlich mit deinem Palatinenen auch holen? Oder... Ich kann jetzt wirklich. Nur... Ja, Blocker. Schlauen. nein also ist das kein block wenn das ein schild hoch machte der ist wieder blockt da nicht so ein sein der halber muss also jetzt noch keinen schaden damit also da bin ich ja selbst gut dass ich den kamer und du hast dieses spiel nicht über das spiel was die gerade hier eben machen die erledigt weil das jetzt genau macht er doch gerade ich habe die stadt die schätze wieder fressen nein warum fällst du dann noch mal ja die 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 der paul sterb ich mache ich mache das jetzt bitte gehen sie den abhandel und sterben und dann mach ich die Kranstrucke genau so fau du bist nicht tot, das tut mich Ich bringe sie ab! Ich glaub da ist sie noch So Fingo, du machst das! Du bist mein Engel! Ein Licht in der Dunkelheit! Lack nicht, Paul! Gut, dann nicht! Vladimir! Aha! Wow, zerbrein, das wär wär schon Wladimir, du bist dein Geist! Die B3! Wladimir, du bist dein Bruder! Wir werden! Wir werden! Wir werden! Wir werden! Wladimir, komm auf die dunkle Seite des Krieges! Ich hab mich! Ich hab mich verstanden! Ich hab mich verstanden! Ich hab mich verstanden! Genau! Bringen wir's ins Internet! Genau! Beste Idee! Bringen wir den Scheiß ins Internet! 1,235 Liter! Paul schuldet mir 1,235 Liter Milch! Habt ihr das alle verstanden? Das tue ich nicht! Ich weiß nicht, wie auch sowas kam! Ich habe nur noch nie zugestimmt, dass ich ihm da schulde! Soll ich eh... Hey Paul! 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 Hey Paul! Paul! Soll ich Evo in die Party holen? Der kann das bestätigen! Evo! 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 Evo ok diskutieren wir mal darüber wer von euch alle spielt pokémon go ich habe ein stein ich habe stein energie mehr brauche ich nicht aber kommt alles an nicht ganz ehrlich ich bin noch level 2 ich habe nicht wirklich gespielt level 2 schon ich habe ein klub an da keine ahnung fragten philip sein pikachu ja ja ich frage jetzt ein fremdes pikachu na klar ein philip sein philip hat auch pokémon go das will ich damit sagen paul der der versucht am erwachsensten zu sein und das nicht hinkriegt ich bin enttäuscht von dir so was hätte ich nicht da kommen mir gleich die tränen meine ewige suche nach vergebung dass ich mal nicht nur von vollidiot umgeben was das wird besser macht dass ich auch ein großer von von gestern gewesen der 1 ist sehr richtig im kotzer ich habe ja jetzt wo du sagst ich habe ich habe wenn ich mich daran erinnere hat wirklich selbst mit ja was sagen sie wenn du nicht was sagen sie wenn du nicht gewinnst ganz cool hallo evo fährt ein evo ganz cool was gell ok habt ihr probleme damit nein nein aber da er gestern mitgemacht hat muss ich einem was dazu sagen wenn man nicht gewinnen kann schließt man sich ihn an was ist jetzt nächsten donnerstag ich stehe ich dring auf dem schlauch kennst du der das der rosa rote panther sagte das was ja wo ich bin da will 23 rosa rote panther gibt es doch ein spruch ich komme wieder keine frage war nur bis zum nächsten donnerstag die tage hat er immer gesagt ich komme wieder keine frage die rosa rote panther geguckt ja hallo ich bin zu 20 bin schweigelder wie du bei uns hat es ich kann mich ganz genau dran erinnern ich habe eine kleine stiefschwester und kleine kusine was willst du von mir du hast aber kein kind du hast aber direkt hast du kein kind was hast du ich habe noch nie die eiskönigin geguckt du bist einsam ich weiß es das ist wiederum was ganz anderes manche animes sind schlimmer als das ja aber die gucke ich ja nicht naja du denkst es jedes mal nur was die seite auch schlimmer macht dass du die kennst naja hey paul ich bin cool siehst du das nico und seine gang paul raus aus dem bild raus aus dem bild paul und hiermit möchte ich das video beenden oh ja und damit ich bin zurück so sie 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017